Die guten alten Tage. Ja, an die denken wir auch nur allzu gerne zurück, lieber Rick Hoffman. Der Suits-Schauspieler, der von 2011 bis 2019 die Rolle des eigenwilligen, aber doch liebenswerten Louis Litt verkörpert, schwelgt jetzt mit einem ganz besonderen Foto in Erinnerungen. Warum dieser Schnappschuss so außergewöhnlich ist? Nun, ihr wisst wohl noch alle, welche royale Dame sieben Staffeln lang die hübsche Anwaltsgehilfin und spätere Anwältin Rachel Zane spielt, oder? Genau richtig, Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle. Und die schummelt sich mit auf das bislang ungesehene Foto. Scheint, als hätten die beiden vor einigen Jahren einen feuchtfröhlichen Abend miteinander verbracht. Rick Hoffman mit einem Glas hochprozentigem, die heutige Herzogin mit einem Gläschen Weißwein. Meghans Lachen zufolge scheint die muntere Runde mächtig Spaß zu haben. So ausgelassen und sorglos haben wir die Ehefrau von Prinz Harry lange nicht gesehen. Ja, ja, die guten alten Zeiten.